Was geht ab meine Freunde? Wir sind wieder an aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute testen wir die Nutella Be Ready, Freunde. Neu oder alt? Das ist hier die Frage. Meiner Meinung nach ist es eigentlich schon älter, aber es ist wieder neu im Handel erhältlich. Ich kenne das nämlich aus meiner Kindheit bzw. aus meinem Frankreichurlaub. Da gibt es Nutella Be Ready schon länger. Und Freunde, ich habe mir gedacht, schnell hier ein Schnelltest-Video für euch. Deswegen habe ich diese Nutella Be Ready für euch besorgt. Wenn ihr euch gefragt habt, was ich in letzter Zeit so treibe, warum ich keine Junkfood-Videos mehr mache, checkt einfach mal den neuen Playmobil-Kanal aus, wo ich mit am Werk bin. Sonst hier ein kleiner Ausschnitt, was ich gerade bei euch drehe. Freunde, lange redet gar keinen Sinn. Wir fangen direkt an, das Ganze zu probieren. Nutella Be Ready von Ferrero. Nutella to go, würde ich mal sagen. Eigentlich kann man Nutella mitnehmen und essen. Wie die zum Beispiel mit den Salzstangen. Da haben wir auch schon mal bereits bei euch ein Video gemacht. Und ich war auch davon sehr begeistert bzw. Kahn und ich. So Freunde, das Ganze hat 1,99 Euro gekostet. Ihr fragt die ganze Zeit, wo ich das immer kaufe und so. Das habe ich hier bei Edeka Marktkauf gekauft. Für 1,99 Euro. Preis-leistungsmäßig ist okay. Es gibt teure Sachen. So, in dieser Packung finden wir 6 Stück, die wir jetzt auch mal direkt aufmachen werden. Ich glaube, das Ganze muss man hier aufreißen. 6 Stück von den Nutella Be Ready. Nice. So, machen wir das Ganze mal auf. Das Ganze sieht so aus wie ein Riesen-Baguette gefüllt mit Nutella, würde ich sagen. Von der Waffel her, wie ihr schon sehen könnt, erinnert euch das Ganze ein bisschen an diese Happy Hippo von dieser Kindersache. Wenn man diese Schokolade immer drumherum abbeißt. Und wenn man hier alles aufbricht, sieht man jetzt nicht sehr viel Nutella. Wir machen das Ganze hier nochmal auf. Das sieht alles sehr cremig aus. Also hier, guck mal, Freunde. Wir haben hier einen Schuss Nutella mit so Knusper-Zeugs drin und dann halt die Waffel drum. So, ich probiere das Ganze mal schnell. Oh ja, dieses Knusper-Zeug sind diesmal Nüsse. Boah, ist das geil. Purer Genuss, gerade für die Nutella-Liebhaber. Hell ja. Mm, mm, mm. 81% Nuss-Nougat-Creme. Haselnüsse, Magerpilz, boah, geil. Geil, 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 geil. Ich glaube, es geht los. Kennt ihr diesen Moment, wenn man eine Sache anfängt, gerade bei Süßigkeiten? Speziell bei Chips, wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht aufhören. In dieser Effekt hat Nutella auf jeden Fall hier auch. Ein paar werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Mal gucken, ob ich Kram hier abgehen werde. Freunde, ich würde sagen, das war es mit dem Schnelltest-Video. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr mir einfach nichts machen. Sonst, für weitere, coole, freshe Videos einfach unseren Kanal abonnieren. Einfach hier unten links auf Abonnieren klicken. Da rechts findet ihr den neuen und Playmobil-Kanal. Sonst, für weitere, coole, freshe Videos einfach hier auch hier nochmal. An der Seite könnt ihr die vergangenen Videos angucken, die wir für euch gedreht haben. Sonst, Freunde, danke, danke, danke fürs Zuschauen bei dem Schnelltest-Video. Nutella, be ready. Und ich hoffe, ich kriege das Video schnell für euch fertig. Freunde, haut rein! Bis zum nächsten Mal.